Heiß, heißer Verona. Die schöne Moderatorin geizt nicht mit ihren Reizen und zeigt immer wieder, was sie hat. Ob im durchsichtigen Dirndl oder im knappen Glitzer-Dress, Verona Poet sieht mit ihren 51 Jahren immer noch verboten sexy aus. Auch ihr neuster Instagram-Schnappschuss ist zum Schwachwerden und sorgt bei ihren Fans regelrecht für Schnappatmung. Am Strand von Mallorca gibt die Zweifachmama nur im Bikini bekleidet ihre Kehrseite zum Besten, frei nach dem Motto, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Hier entzückt aber vor allem Veronas knackiger Allerwertester. Doch auch der Seitenanblick des prallen Dekolletes der 51-Jährigen kann sich durchaus sehen lassen. Verona überlässt mal wieder nichts dem Zufall und auch ihre Fans können vom heißen Anblick des Models nicht genug bekommen. Heiße Badenixe und gut, dass ich Feuerwehrmann bin, ist in den Kommentaren zu lesen. Und auch wir müssen sagen, Verona setzt ihre Kurven mal wieder perfekt in Szene. Die schöne Moderatorin urlaubt gerade mit ihrer Familie in warmen Gefilden und dabei darf vor allem ein besonderer Mann nicht fehlen. Veronas jüngster Sohn Rocco ist diesmal auch mitgereist und überreicht seiner Mama einen selbst gepflückten Strauß Blumen. Der kleine Roccolito, wie Verona ihn liebevoll nennt, ist an Niedlichkeit wirklich kaum zu übertreffen und hat uns mit seinem Blumenstrauß einmal mehr das Herz gestohlen.